Hallo und herzlich Willkommen zurück zu der Sims 4 100 Baby Challenge mit der 100. Folge! 100 Folgen, 100 Baby Challenge und da habe ich mir gedacht, den Anlass nutzen wir und feiern Little Kims Geburtstag, denn die ist ja jetzt schon eine ganze Weile ein Kleinkind. Und ja, aus diesem Grund habe ich mal einfach wieder alle eingeladen, die so zur Familie gehören. Ich konnte leider nicht alle einladen, aber Lena Jones ist da, Horst Jones ist da, hier, wie heißt der Blaue nochmal, Willi Jones ist da, Lena Jones ist da, Penny Jones ist da, Linnea Aurora Jones ist da, Mike Jones ist da, alle sind da. Hier haben wir noch Maya Jones und Luca Jones und all unsere Kinder und hier ist noch Michelle und ja, genau, Willi haben wir schon gehabt und Björn Birksen, keine Ahnung wer den eingeladen hat, und ich jedenfalls nicht. Und da habe ich mir gedacht, achso, ja genau, und natürlich der Allerwichtigste, Hans-Peter Jones ist da, ne? Das, äh, da wollten wir natürlich nicht drauf verzichten, liebe Freunde. Ich mache mal hier die Mucke an, ich habe hier den Park ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen schöner gestalten, sag ich mal, ein bisschen für eine Party mehr oder so, ne? So, warte mal, ich mache mal ein nächstes Lied. So, jetzt machen wir hier mal schöne Kindermusik. Ich will mal eben hier Lautstärke, genau, auf hoch. Juhu, voll gut. So, ich hatte nämlich noch in meinem Inventar ein paar Sachen gepackt. Äh, warte mal, genau, wir brauchen noch einen Tisch. Fällt mir gerade ein, Entschuldigung, dass ich mal eben nochmal unterbrechen muss, hier bei dieser geilen Geburtstagsparty. Das habt ihr euch übrigens auch in den Kommentaren gewünscht. Also, das war ein großer Wunsch von euch, dass Kim heute altert an dieser besonderen Folge. Und das machen wir natürlich gerne, da bin ich nämlich auch für gewesen. Äh, ich gucke gerade mal, ich brauche irgendwie einen normalen Tisch. Hier, so einen Tisch brauche ich. So einen Tisch brauche ich, da können wir dann schön die Torte gleich draufstellen, die die gute Oma schon gebacken hat. So, warte mal, stellen wir die mal hier drauf. Und dann machen wir mal, ähm, können wir da nicht Geburtstagskerzen drauf machen? Hauptsache, er denkt sich erstmal so, ja, geil, erstmal auf Kindermusik ein bisschen abdancen. Läuft auf jeden Fall bei mir. Warum kann ich die nicht als Geburtstagstorte machen? Ich weiß es nicht. Warum geht es nicht? Portion nehmen, Inventarportion für Kim nehmen. Warte mal, ich tue sie nochmal rein und hole sie dann nochmal raus. Ne, geht irgendwie nicht. Warum geht es nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann keine Geburtstagskerzen hinzufügen. Können wir sie denn so auch altern lassen? Das ist jetzt die Frage. Wie süß sie einfach ist, ne? Ach, ich werde es ein bisschen vermissen. Warte mal, wir müssen mal eben hier stoppen. Ähm, am Boden Nickerchen machen. Ne, hier können wir sie auch nicht altern lassen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hauptsache, hier geht die Party voll ab. Woo, yay. Voll geil, wie alle am abdancen sind. Ja, ich finde es auf jeden Fall mal wieder schön, dass wir mal wieder alle zusammengekommen sind. Zumindest ein großer Teil. Merliné. So, warte mal, dann machen wir mal hier den Schokobrunnen, den wollen wir auch mal auffüllen, ne? Brunnen füllen, natürlich mit Schokolade. An diesem heutigen Tag gibt es kein Alkohol. Und dann servieren wir mal alles, damit die Leute hier auch Essen haben. Ach, guck mal, wie süß. Guck mal, wie süß. Oh nein. Oh, ist das niedlich. Zwischen den ganzen Leuten hier. Guck mal da, die kleine Kim. Oh. Ist das süß. Oh nein, das ist so süß. Wie sie sich reut. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Hier sind so viele Leute. So, finde ich aber schön. Der Schokobrunnen ist serviert. Das Essen ist auch serviert. Der Getränkemann mixt die Getränke. Und wie cool er sie mixt. Cool. Okay, ne, wäre dann vielleicht was für dich. Aber der wäre vielleicht was für Linnea, oder? Gabriel Dobson. Herr Dobson. Irgendwie feiern alle diese Kindermucke hier, ne? Ich glaube, die finden alle irgendwie geil. Ach, ich finde Kim so süß. Wie sie sich freut. So richtig geburtstagsmäßig. Hm, aber dass ich da jetzt keine Geburtstagskerzen drauf machen kann, das stört mich jetzt irgendwie doch. Wartet mal, wir müssen mal gucken eben. Vielleicht müssen wir einen richtigen Geburtstagskuchen machen. Ich weiß das nicht. Ich habe jetzt einfach mal diesen mehrstöckigen genommen. Sonst holen wir mal eben uns hier so einen Kühlschrank. Stellen wir den mal eben flott hier hin. Ist ja jetzt nichts Schlimmes. Können wir den jetzt mal hinstellen? Stellen wir den mal eben hier hin. Sieht total scheiße aus. Aber egal. Muss jetzt mal eben sein. Und wir brauchen einen Backofen. Sonst können wir keinen backen. Warte mal. Äh, hier. Hitzeerd. Nehmen wir den. Warte mal. Wir machen mal eben diese Lampe da weg. Können wir ja gleich wieder verkaufen. Müssen wir ja jetzt nicht stehen lassen. Ist jetzt nur mal eben kurz, damit Penny nochmal eben einen Geburtstagskuchen backen kann. Ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen. Ähm, warte mal. Weiße Torte. Ne, ich will so eine pinke. Da genau. Äppelkuchen. Den will ich. Ach, ich bin so gespannt, wie Kim aussieht auch, ne? Ach, das ist so zuckersüß. Ähm, nächstes Lied. Sehr gut. Die Party ist im vollen Gang. Äh, finde ich voll gut. Die Party läuft voll. Penny ist da hinten am Kühlschrank. Erstmal backen im Park. Ach, ne. Jetzt finde ich richtig schön. Ich hatte hier auch noch ein paar Sitzgelegenheiten aufgebaut. Aber anscheinend sitzen hat nicht, äh, hat keiner irgendwie Interesse dran. Die wollen lieber stehen und sich unterhalten. Ich glaube, Kim hat am meisten Spaß. Kann es sein? Yes, de May. I have a son. Hallo, Luca. Mary May. Hallo, mein Sohn. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ach, ne. Ich finde das richtig schön. Herzlichen Glückwunsch und neuen Familienmitglied. Ja, etwas spät, ne? Aber ich finde es toll, dass Kim heute Geburtstag hat. 100 Folgen, 100 Babytans. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Und schon fast 200 Folgen Girls WG, Freunde. Wir sind so Sims-Suchtis. Ist echt nicht mehr schön. So, was ist jetzt hier mit dem Kuchen? Ah, Benime. Hör bitte auf, uns Holzquatschen. Du störst. Luca, raffst du noch was? Usa Nabolo. Usa Nabolo. Hallo, der Kuchen verbrennt. Wäre nice, wenn du aufhörst, würdest du quatschen. Ah, sehr gut. So. Nein. Hallo? Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist denn hier? Reste, Reste. Öffnen da. Den tun wir mal hier ins Inventar. Und dann gucke ich mal eben, warte mal, wenn wir den wieder zurück ins Inventar und den jetzt hier drauf. Hä? Warum können wir denn keine Geburtstagskerzen hinzufügen? Raff ich nicht. Das Spiel ist kaputt. Portion für Kim nehmen. Können wir sie denn irgendwie so altern lassen? Bedürfnisse schieten. Nein, 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 nein. Was ist das denn hier? Einfach leer. Hochzeit? Hochzeit löschen. Sie hat doch gar keine Hochzeit. Erstelle ein Sim. Aber so können wir sie auch nicht altern lassen, ne? Ich finde es toll hier, hör mal. Mach direkt gute Laune. Ein Stück nehmen. Zum Essen rufen. Nein, wir können einfach keine Geburtsesketten hinzufügen. Ich weiß nicht, wieso. Aber die Geburtstagsparty läuft, Freunde. Das ist das Wichtigste. Hui. Erstmal ein paar Liegestützen machen. Geil. Voll die sportliche. Aber es stört mich jetzt irgendwie total. Kann vielleicht jemand anderes Geburtstagskerzen hinzufügen. Portion für Kim nehmen. In den Inventar platzieren. Platziere mal in dein Inventar. Los, steck sie dir in die Tasche. So. Portion für Kim nehmen. Ne, da können wir leider auch nichts machen. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe einfach nicht, warum. So, wir machen mal hier das Tablett. Wir füllen es mal. Ich habe sowieso das Gefühl, dieser Spielstand hier ist total ruiniert. Ich weiß nicht, woran es jetzt genau liegt. So. Es gibt prickelnde Brause. Erstmal ein Getränk mitnehmen. So, was ist hier mit der Musik? Nächstes Lied, bitte. Ich bin hier DJ. Ich bin hier Koch. Ich bin hier alles. Ach, finde ich das schön. Hallo? Was geht denn hier ab? Story Time. Ist nicht Hammer Time. Story Time. So. Was ist denn jetzt hier? Sie freut sich so süß. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich kann keine verdammte Geburtstagsparty hier richtig schmeißen, weil der Geburtstagskuchen nicht funktioniert. Der Geburtstagskuchen ist kaputt. Stört mich jetzt irgendwie. Warte mal, wir machen nochmal eine weiße Torte. Wir geben jetzt nochmal alles. Aber ich glaube, auch das wird nichts bringen. Keine Mucke. Nee, 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 Hauptsache er unterhält sich erstmal mit dem Kind. Das Kind denkt sich wahrscheinlich ganz klar, warum ist der Typ blau? Aber das ist dein Bruder. Ah, nee, ist gar nicht dein Bruder, ne? Ist dein Cousin oder sowas. Ich glaube, Cousin ist es. Ich weiß es aber nicht genau. Hauptsache sie. Sie nutzt hier die Theke voll aus. So, was ist jetzt hier? Wird das noch was mit dem Geburtstag? So, der Geburtstag ist offiziell vorbei, aber die Leute möchten einfach noch nicht gehen. Ja, die Party ist einfach so berauschend. Hallo? Ich habe gerade davon gesprochen, wie berauschend die Party ist. Jetzt haut die alle ab. Merlin, ey. Deck, Deck. Ihr seid doch scheiße. Ihr könnt doch jetzt nicht alle gehen. Guck mal da. Es geht mir auch schon ganz traurig. Aber wir bleiben noch ein bisschen. Wir geben nicht auf. So, ähm. Das tue ich mal hier in den Kühlschrank zurück. Ach, geht gar nicht. Toll. Das regt mich voll auf mit dieser Geburtstagstorte. Was hatte sie denn gerade? Echt, tanze dir noch ein bisschen. Komm, tanze du auch noch ein bisschen. Äh, tanzen. Was hat sie denn? Traurig. Muss pieseln. Oh nein, sie muss pieseln. Aber wir haben jetzt kein Töpfchen hier, ne? Warte mal. Können wir ändern. Können wir ändern. Alles für Klein Kim. Wartet, wartet. Hier ein Töpfchen. Stellen wir aber auch hier hinten zu den Klos. Damit das nicht so auffällt. So. Kannst du deinem Busch pipi machen. Finde ich sehr gut. So. Dann gehen wir hier pipi. Auf Töpfchen gehen. Schausch. Hätten wir vielleicht so eine Geburtstagsparty machen müssen, dass wir... Warte mal. Wir müssen... Wir machen das noch mal. Wir planen noch mal ein gesellschaftliches Ereignis. Befete Felka. So, warte mal. Wir machen noch mal eine Geburtstagsparty. Wir machen mal eine Prestigeveranstaltung. Äh, Geburtstagssim Kim. Gäste. Ha, ha, ha. Und dann laden wir die alle einfach noch mal ein. Wir sind einfach so. Die denken sich wahrscheinlich auch, was ist mit euch? Warum zweimal Geburtstag feiern? Ach, guck mal, der Conny, hör mal. Den haben wir gar nicht eingeladen. Ja, weil ich jetzt erst mal die Kinder einladen wollte. Ist ja klar. So. Wir haben einfach zu viele Kinder. Oh, Farina können wir nicht mehr einladen. Warte mal. Dann lassen wir Lena mal weg. Dann kann Farina dafür diesmal kommen. Weißt du, damit wir... Damit wir einfach mit allen feiern können, müssen wir erst mal... Müssen wir einfach erst mal, äh... Zwei Geburtstagspartys feiern. So. Ein Entertainer. Wir wollen alles haben. Zack. Und wir gehen wieder hier in diesen Park. Wir sind ja schon da. Ich hoffe, die Leute kommen jetzt auch. So. So, jetzt haben wir eigentlich noch ein... Wo ist denn der Geburtstagskuchen? Hat sie denn jetzt wieder hier reingestellt? Öffnen. Ja, hier ist er. Hä? Warum geht das denn nicht? Das ist doch ätzend. Hauptsache die Gärtnerin. Was macht sie hier? Was ist mit ihr? Sie tanzt einfach auf gar keine Musik. Ähm... Nächstes Lied. So. Kerzen ausblasen. Ja, würde ich ja gerne, wenn man hier Kerzen draufstecken könnte. Aber kann man nicht. Mein Spiel ist kaputt. Das ist ja ätzend. Das ist ja mega nervig jetzt. So, warte mal. Wir machen mal eine Portion für Kim nehmen. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Aber ich glaube, es funktioniert auch nicht. Hör mal. Penny leckt mich am Arsch, ne? Weißt du, die hat... Weißt du, die denkt sich so... Jetzt haben wir nochmal Leute eingeladen. Jetzt kann man ja nicht dasselbe tragen. Deswegen trägt sie jetzt ein anderes. Ne. Dann nimmt sie einfach nur. Das ist ja voll scheiße. Warum geht denn das nicht? Es wäre die Fail-Party hier. Portion nehmen? Ne. Keine Ahnung. Ich kann sie einfach nicht altern lassen. Kim darf nicht altern machen. Was ist mit dir denn los? Mit deinem Pünktchen-Rock da. Ach, jetzt sitzen sie plötzlich alle. Ach, guck mal, wie sie sich freuen, sich wieder zu sehen. Die zwei. Süß. So. Die hängt hier so rum und verzweifelt. Du warst Pipi machen. Das finde ich sehr, sehr schön von dir. Aber wie ich dich jetzt altern lassen kann, weiß auch kein Mensch, ne? Sim gleichzeitig tanzen lassen. Drei. Ähm. Windel benutzen. Outfit ändern. Ich kann echt gar nichts machen, ne? Hochzeitbedürfende an der Stelle ein Sim ändern. Das ist so doof. Das ist wirklich so doof gemacht. Ich verstehe jetzt gar nicht, warum es einfach nicht geht. Sie ist anhänglich. Das finde ich sehr schön. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Das weiß auch keiner, ne? Aber guck mal, die anderen kann ich auch nicht altern lassen, oder? Warte mal, ich gucke mal eben bei ihr. Ersteller ein Sim ändern. Ne, ich kann sie einfach nicht altern lassen. Sie möchte einfach nicht den Kuchen ausblasen. Es ist so ein Kotzen. Wow, Pempini. Kann irgendjemand anders Kerzen drauf machen? Ne, Portion nehmen. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Hm, das ist echt doof. Echt ärgerlich. Ich weiß auch nicht, wie ich es jetzt ändern kann. Gar nicht wahrscheinlich. Hauptsache eher Haudi, Cowboy. Er geht erstmal voll ab, so. Aber immerhin haben wir eine riesen Geburtstagsparty. Ist das schon mal was, ne? Dann können wir die nämlich irgendwie mal... Müssen wir die irgendwie anders altern lassen? Dann müssen wir da mal gucken. Guck mal eben gerade, während die ja alle so am Feiern sind, könnt ihr euch das angucken. Ich gucke mal eben gerade im Internet, ob ich da jetzt was finde. Sims altern lassen. Lassen Sheet. So. Safari kann nicht geöffnet werden. Warum nicht? Sims altern lassen. Lassen Sheet. Hä? Jetzt geht hier gar nichts mehr. Mein Handy ist kaputt. Alles kaputt. Sims altern lassen. Sheet. So. Safari kann die Seite nicht öffnen. Verbindung zum Server. Das ist wunderbar. Es läuft heute wieder wie geschnitten Brot, muss man sagen. So. Ähm. Backe einen Kuchen. Ja. Ha, 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 ha. Ja, haben wir schon 200.000 Mal gemacht, funktioniert aber trotzdem nicht. Äh. Also erstens muss man ein Cheat. D, 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 d. Das sind ja anschießend. Kass voll idet. Hm, hm, hm. Uh. Also können wir sie jetzt leider... Also können wir sie leider nur im... Kass altern lassen. Das ist jetzt echt ärgerlich. Hätte ich gerne anders gemacht. Tut mir wirklich leid. Aber ihr seht es ja. Irgendwas stimmt mit dem Spiel sowieso nicht. Ich hatte am Anfang schon wieder total die Probleme. Äh. Kass voll idet war das, ne? Muss man eben gucken. Ähm. B, 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 b. Kass. Full edit. Mode. So war das, glaube ich. So. Ich gucke mal eben. Und dann müssen wir es leider so machen. Das tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Ich hätte es gerne anders gemacht. Aber irgendwie das Spiel lässt mich nicht. Ihr habt es ja gesehen. Aber dann lassen wir sie jetzt so altern. Macht auch nichts. So. Ähm. Kind. Zack. B, 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 b. Äh. Jetzt sind wir aber gerade schon mal hier. Dann können wir ihr mal eben kurz eine andere Haare verpassen hier. Ähm. Voll scheiße, dass die jetzt nicht so altern konnte. Das ärgert mich jetzt irgendwie. Aber gut. Mach so nichts. Ach, guck mal. Die ist ja auch süß, die Frisur. Die Frise. Hör mal. Welche Frisur nehmen wir denn? Die brauchen mal andere Augenbrauen. Die guckt so böse. Aber sie ist süß. Sie ist süß. Ich finde sie schon sehr süß. Passt irgendwie zu ihr. Zu unserer kleinen Kim. Nur welche Frise nehmen wir? Warte. Ich muss das von Weitem sehen. Die finde ich eigentlich ganz schön. Die oder? Hm. Hm. Ah ne, warte mal. Wir müssen auch hier bei normalen Outfit das, ähm, die Haare wählen. Ich glaube... Wir nehmen die. Ich glaube, die finde ich ganz süß. Wir nehmen die jetzt einfach mal. So. Richtig bearbeiten tun wir sie dann später nochmal. Ah. Jetzt komme ich auch nicht mehr aus dem Cars raus. Das ist toll. Willst du schon gehen? Diesen Haushalt zurücksetzen? Ja, ich will gehen. Aber mit einem hier Bestätigungszeichen. Ach so. Da oben. Deswegen geht es nicht. Wollte schon sagen. Ähm. Was nehmen wir denn für sie? Sozial. Liebling der Massen. Kreativität. Mental. Senkrechtstarterin. Motorik. Kleiner Frechtax. Ich glaube, wir nehmen sozial. Liebling der Massen. Finde ich schön. Und als erstes Merkmal nehmen wir... Lieb die Natur. Das finde ich, das passt irgendwie zu ihr. Sie ist süß. Sie ist voll süß. Es tut mir sehr leid, dass wir das jetzt leider nur so machen konnten. Ich hätte es echt sehr, sehr gerne anders gemacht. Aber irgendwie... Ihr habt es ja gesehen. Es ist wieder ätzend. Dieser Spielstand hat echt arge Probleme. Das bereitet mir jedes Mal beim Aufnehmen wieder Kopfzerbrechen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß auch nicht, was ich daran ändern kann. Aber der scheint echt ganz kaputt zu sein. So. Jetzt ist unsere kleine, süße Maus endlich erwachsen. Moment. Wir machen mal eben... Ach, das ist so ungewohnt. Das Kind wird so groß ist. Warte mal, wir machen mal eben ihr erstes Outfit, damit sie auch ihre Haare hat. So ein richtiges Umstyling müssen wir dann auf jeden Fall demnächst mal wieder vornehmen. Können wir uns ja vielleicht für die nächste Folge mal festhalten. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Aber unsere Kim ist jetzt groß. Das ist irgendwie ungewohnt. Irgendwie ungewohnt, aber auch schön. Miara. Miara. Ich finde es schön. Ich finde es schön. Es war eine schöne Geburtstagsparty. Es waren ja auch viele da. Und alle hatten Spaß. Nur das mit dem Alter war halt ein bisschen blöde. Aber jetzt ist sie ja groß. Und irgendwie ist sie süß. Ich finde sie süß. Aber sie war so klein und so niedlich. Ich weiß auch nicht. Wir brauchen ja ein neues Baby. Aber wir haben ja schon ein neues Baby. Ist sie schon incoming? Jamie liegt ja schon bereit. Und wird dann auch bald so ein Kleinkind. Außerdem hat Sims ja gestern mit einem Trailer ein neues Erweiterungspack angekündigt. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Irgendwas mit Kindern auf jeden Fall. Und mit Erziehung der Kinder. Das wird bestimmt sehr, sehr schön. Ich weiß nicht gerade genau, wie es heißt. Aber das wird auf jeden Fall sehr toll. Könnt ihr euch auf der offiziellen Sims-Seite auch mal gerne angucken. Und mir in die Kommentare schreiben, was ihr von dem neuen Erweiterungspack haltet. Ich freue mich da schon ehrlich gesagt drauf. Ich hoffe, dann gibt es einige neue Möglichkeiten. Gerade mit Kindern gibt es ja sehr wenige. Und ich hoffe, das ändert sich dann. Und ja, liebe Freunde. Das war die etwas verrückte und unprofessionelle Folge der 100 Baby Challenge. Die hundertste Folge. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Gebt ihr gerne einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass es jetzt mit der Alterung nur so doof geklappt hat. Aber ihr habt es ja selber gesehen. Ich konnte einfach nichts dagegen tun. Es war... Was ist eigentlich mit euch zwei hier? Ja, Hauptsache euch geht es gut. Das ist das Wichtigste. Ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde sagen, bis demnächst. Hau da rein.